Das ist Frau Baumer. Frau Baumer freut sich über ein Dreieck, über das sozialrechtliche Dreieck. Im deutschen Sozialrecht gibt es nämlich ein Dreiecksverhältnis. Dies besteht zwischen unserem Staat, den Einrichtungen, die sich um die Menschen kümmern und eben den Menschen, die Hilfe benötigen. Das Ganze funktioniert so. Der Staat verabschiedet ein Gesetz, welches den Bürgern ein Recht einräumt, Hilfeleistungen vom Staat zu erhalten. Das wird im Sozialgesetzbuch, kurz SGB, festgehalten. Dieses ist in viele unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Gesetze für Kinder und Jugendliche, Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen und noch viele mehr. Nachdem die Politiker selber nicht allen helfen können, beauftragen sie Leistungserbringer, also Träger von Einrichtungen sowie private Anbieter, welche deren Aufgabe übernehmen. Hierzu gehört auch die KJF. Die katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg kümmert sich mit ihrem Leistungsangebot um die Bedürfnisse von Frau Baumer. So ist am Ende allen geholfen. Und hilfebedürftige Menschen, wie Frau Baumer, müssen dafür auch nichts aus eigener Tasche bezahlen. Das erledigt auch die KJF für sie. Die KJF verhandelt sowohl mit dem Gesetzgeber und rechnet die Leistungen ab und analysiert zudem auch den Markt, welche Hilfsangebote gebraucht werden. Die gesamte Abwicklung übernimmt also die KJF. Und Frau Baumer kann sich ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Mhm. Die KJF für sie.